Hallo, wir sind back. Back, 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 back. So, wir wollen mal kurz mal hier gucken. So, das hat zum Glück alles gespeichert. Weltkarte. So, hoffe ich mal, dass es jetzt geht. So. Ach da. So, ähm, wir gehen in die Dunkelheit. Weil da kann man besser arbeiten. Ja, nichts, ja, Dunkelheit, ja. Warum auch? Wenn wir nicht alles sammeln. So, sammeln wir den Teiler erstmal ein. Das ist, glaube ich, auch die größte Festung, oder? So, die beiden habe ich dann schon mal gekillt. So, die habe ich. Ähm, dort haben wir drei. Ähm. So, was ist am nächsten, ne? Der eine, da unten. Machen wir zuerst einmal hier die Reihenfolge. Ich wollte das Spiel ja damals bestimmt noch nicht 100% spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt tue. Ich habe es mir einfach in den Kopf gesetzt. Ich weiß, dass ich nichts höre, aber ich werde noch was hören. Wo ist denn da hin, ne? Jo. Hier noch nichts in der Dunkelheit. So, jetzt können wir... Erstmal hier geradeaus. So. Erstmal da geradeaus. Wo ist denn da? es geht immer weiter kann man hier eigentlich hoch ich wollte einmal gemacht haben da war ok dann gehen wir darunter ich habe nicht vergessen in dem ganz letzten gebiet mit dem geist noch mal zu trocken denn wir mussten diese nachricht überbringen das haben wir ja getan gute pistole so jetzt wollte ich mich hier hin und gehen wir einmal nach rechts da 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 gerade richtig krasse schiefmanns habe ich war sehr gerne so will auch wenn hier nach oben kollektor noch da noch da immer noch nichts aus der dunkelheit immer noch nichts aus der dunkelheit noch nichts erledigt gehabt ok weltkarte dann geht es weiter hier und gehen mal kurz hier und prüfen ja auch meine dunkelheit nach war schon eingeredet haben und 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 da war eben noch einer und dann gucken wir mal wir hören hier auch nix ok na ist zurück zur weltkarte fort war auch fertig na also die neuen beweise könnte man ja natürlich müssen wir finden mal gucken wie sich aber auch dunkel färbt so hier haben wir dann auch alles fertig zur weltkarte jetzt gehen wir in die forest und rauschen hier einmal oh ich habe ein standbild ok dann gibt es anscheinend noch das eigentliche zu tun dann sind wir hundertprozentig durch sehr interessant ist nichts krasses passiert dann habe ich das spiel zu 100 prozent durch auch rin das Ja, würde ich sagen, das Spiel ist jetzt 100% durch. Es gibt nichts mehr zu machen. Ich habe sogar alles gekauft, was geht. Ich habe alles. Jage ich mich mal selber in die Luft, würde ich sagen. Hm. Wenn meine Pfeiler auch nicht runterkommt. Kann ich eigentlich so? Okay, den schon kann ich mir nicht selber geben. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben hier 100% durch. Jetzt können wir noch ein bisschen wie in ihrer rumballern, aber... Ne? Was sollen wir machen? Hier ist das Ende im Gelände. Und wir haben noch so viel Money. Kannst du hier noch theoretisch alles aufkaufen. So, jetzt haben wir unser Geld noch rausgegeben, wo wir können. Wenn ich jetzt den gewöhnlichen Kurzpunkt aus hier reinmache... Äh... So... Hat er aber nicht mehr, ne? Ne, er pietet ja nicht mehr. Okay, können wir auch kaufen. So, haben wir den auch gleich aufgekauft. Hat der Händler auch nichts mehr. Hat der Händler auch ein gutes Geschäft gemacht. So. Jetzt können wir nichts mehr kaufen. Jetzt haben wir das Spiel hundertprozentig durch. Jetzt haben wir Händler auch nichts mehr zu kaufen. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Hauen sie rein. Adios. Und jetzt haben wir das Spiel hundertprozentig durch. 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 Und jetzt haben wir das Spiel hundertprozentig.